Hallo und herzlich willkommen zum Nachtsichtsimulator... BAM! Huiuiui. Ähhhhhhh... Ha! Geil. Alles okay, alles okay. Wie viel Meter sind das? Gut. Wieder zwischen groß und klein. Ja, das waren die Beine. Das war scheiße knapp. Ja, das waren die Beine, da habe ich zu viel geatmet. Gut, wir mal schauen, ob wir es endlich dieses Mal schaffen, diese blöde Sennestation zu erreichen. Und das ist ja, ja, wirklich so, man darf nicht gesehen werden. Also, letztes Mal wurden wir ja erwischt. Ähm, weil, also der eine hat uns, ähm, gesehen... Ähm, kurz bevor er getötet wurde, also so ein Hauch davor. Und, ähm, ja, wir wurden trotzdem erwischt. So, also, man darf nicht gesehen werden. Das war, äh, äh, letzte Mal. Ich hab's mir nochmal angeschaut, äh, bei der Aufnahme. Und das ist, äh, wirklich so, die, die sind mega weit weg. Aber trotzdem haben sie den Schuss von der Pistole gehört. Also, wenn ich's, äh, mit dem Scharfschutz... Schützen... Gewehr gemacht hätte, okay. Aber die, ähm, die Pistole ist ja so krass, äh, scheinbar gelämpft, dass man's eigentlich nicht will. Naja, egal. Jetzt wissen wir, äh, Bescheid und werden... uns nicht anders verhalten als sonst. So. 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 Da noch da. Ja, den seh ich jetzt gerade noch nicht. Der bewegt sich immer noch. Bewegt der Ziele? Wenn es egal wäre, wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann okay. Aber es ist halt überhaupt nicht egal. So, sehr schön. Ja, ich weiß, dass es kam kein... Kein Ding. Kein Ding. Sie haben gefehlt. Button. Screen. Kein Ding. Kein Ding. Steigen. icken Labour. Ab. Das ist so riskant. Scheiße. Das ist so riskant. So. So. Ach boah. Das hat ja jetzt was gemacht. auf der karte der blau und der rote punkt ja die sehen sich ja nicht macht er ein selfie ja 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 da ist ein sicario neben der Santa Muerte Kirche mhm sehr präzise du weißt schon wie groß die ist ja 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 Und das sind zu viele. Das ist echt ein bisschen bescheu. Das wird knapp. Hier ist alles knapp. Bis auf eure Unsichtbarkeit. Ich muss schon mal erstmal, wo die wirklich hinschauen. Und irgendwo ist schon wieder ein bläder Helikopter. Ohne ein anderes Wort als das Ei. Ohne die Dachvogel im Anmarsch. Und am bleiben. Ohne die Dachvogel. Was denn? Ohne die Dachvatnummern. Was denn? Ohne die Dachvogel. Ohne die Dachvogel. Das wäre natürlich ein Vorteil, oder? Nein, das sieht nur so aus. Verdammt. Jetzt geh... Aber du sagst dir selbst, macht einen eigenen Vater. Hier hat der Wolf mehr, was viele Leute, jeden der Wolf hat, lief es nicht nach mir. Sankt der Wolf, empfängt sie an. Schnellen und Heiligen. Hier finden immer, was wir... Schnellen und Heiligen. Schnellen. 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 Okay, move on. Schnellen. Die Feder Science supervisors und Heiligen sind alright, die Rollen lassen sich sehr. Musik. Das ist das größte Kahnberg, das ich hier erlebt habe. Nach dem Video müssen wir uns beeilen, sonst wird die Menge zum Problem. Wie sind wir da oben? Hier geht gar keinen Weg, hier auch nicht. Da muss ich ja wirklich vorne rein. So cold, man. Okay. Oh jo 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 jo. Das ist richtig cooler und schwerer. Ich finde die echt cool. Ich finde sie richtig cool. Ich muss warten, bis der wieder weg ist. Ja, wenn das Video hochgeladen ist, dann muss ich schnell sein. Das stimmt. Okay. 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 Ich bin sehr hochgeladen. Fertigmachen. Gleich geht's rund. Was ist das? Ich glaube, ich kenne das mit. Ich kenne das mit. Das geht nicht. Schnappt ihn euch, bevor die Menge ihn holt. Wollt ihr noch länger warten? Wollt ihr noch länger warten? Ja. Ganz genau. Wir müssen den Hobel da holen. Wir leuten in Fleet. Ach nee. Ja, den erwischen wir nicht mehr. Ja, jetzt sind wir hier festgenagelt. Du scheiße. Ge Ace loophole bin. Weißt du alles commander? Ja, ich bin kufactureali. Ich bin ihrem joke zusammen. Ja, ich bin schwer. Die weiß ich nicht. Dann denial dafür, was sie mit Course machen을 �ames sagen. Na Electron. Die Joben nur noch nicht et diligence. Wie lange gep案 위해서 sie meint. Ja. so ja weil der in bei der das überliegt wenn ich nicht was hier wieder in die hoch und dann würde ich mir den Helikopter wie wir müssen wir sein komplett von vorne anfangen das ist ja richtig krass weil dann wird sich ja wirklich alles also jeden töten bevor ich das video hohlade krass wunderbar die geht die feste ist interessant man um meine 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 wieso lädt es jetzt so lange muss er erst überlegen wo er mich wieder anbauen gut auf diesem stick ist der video beweist dass das das und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft und das macht ja wunderbar so gut dann werden wir jetzt jeden einzelnen hier töten dann da ist einer mit maschinenpistolen die karre ist alarm gesichert ich sehe ziel dann schalldämpfer auf 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 Schaarschütze zieht auf uns. Was ist denn los? Oh man. Die Quest ist halt... Ja, ich habe ein bisschen so hoch geschossen, das stimmt. Das gebe ich sehr gerne zu. Aber trotzdem ist es scheiße. Und wie soll lädt es ja jetzt so lange? Normalerweise dauert es ein paar Sekunden. Und nochmal. Ja, sag doch mal, was nur ist hier. Ja, hier, den da will ich. Ja, danke. Oh ja, weil was ganz was weiß. Wir sind jetzt bei 10. So, jetzt hat er aber... Das ist weg, ja. Nice. Ja, den schaffe ich, ne? Aber die anderen irgendwie... Sehr, hey, alles grün. So, sehr, sehr, alles grün. Boah. Okay. Das war ein perfekter Schuss. Ich hatte schon Angst, dass er mich schon wieder verraten. Naja. Gut. Wir haben Gegner in der Nähe. Achso. Das ist hier eine Überraschung. Surprise, man hat das. Komm. um ich habe ein ziel mit maschinenpistole da ist noch einer da ist ein kardinal gesichtet das ist das größte comeback das ich je erlebt habe nach dem video müssen wir uns beeilen sonst wird die menge zum problem hua die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das war's. ja in dieser schau dass er haben die nicht gehört die gleich neben mir sind und ist nicht immer noch dass die so wie gesagt haben wir ja die an den schuss die standen sowieso keine alarm wenn sie mich sehen was ist da drin niemand hier gibt es viele tote winkel deswegen damit die leute das nicht sehen ja 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 die 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 Verstanden. Unterwegs. Suche eine reise Schussposition. Roger. Ziel erfasst. Okay. Bin sie blockiert. Hab ihn. Er ist tot. Ich bin hier. Ich bin hier, um zu antworten. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Die Menschen sind sicher. Obviamente. Oder die Treppe nicht. Ich bin hier. Sobald er runter geht, ist er tot. Aber er geht nicht runter. Shit. Er geht nicht runter. Hm. Hm. Die Frage ist, wie ich jetzt vorgebe. Warte, ich geh mal hier hinten hin. Und schau nochmal mit der Drohne. Ah, gut. Also. So. Ich könnte auch nochmal über den Platz noch da hinten gehen. Ich glaube, da hinten ist, äh, ja. Da hinten, äh, ist die beste... Die, die beste, ähm, Chance hier, äh, da hochzukommen. Ohne geht es hin zu werden. War Fußball. Mit 1 und 2. Die haben ja keinen Sniper mehr. Und keinen Feindglas. Hab ich mir so gedacht. Sop. Santa Planka, Santa Planka, Santa Planka, hier. Santa Planka. Santa Planka da überall. Santa Planka. Hahaha. Santa Planka da. So, dann erschieße ich den da hinten noch, den Vogel. Von hier aus. So. Oh, warte, hier ist noch das grüne Ding, das ist anscheinend oben. Dann, 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 so. Hier drüben ist ein Narco, da, in der Santa Muertekirche. Das ist ja auch. So. gut also wir werden jetzt wieder die beiden tüten den und den hinten und dann gehen wir vorne rum und tüten da alle da hätte ich das eine Fette ein Tabelflip gemacht jetzt gehen wir mal wieder vorne rum und... ja, tut mir eine. Das ist halt sehr schwer. Nein! Ah, der Wichser! Stimmt, der ist ja hochgegangen. Oh Mann! Wieso schaffe ich die nicht? Oh Mann! Das gibt's doch nicht! Schnauze! Oh Gott! Ich sehe einen Schammwissen. Ähm... Hm... Na, was für eine Sauerei! Hä? Ja, weil ich da seinen Kopf in die... in die Savanne geschossen hab hier. Oh Mann! Wir waren so weit! Ah, der Interstriere... Ja... Das... das war echt... Ja, da... da oben ist es schon richtig close. Also... Da oben ist es ja schon echt... Huiuiui! Ist der da unten jetzt? da vorne, aber das ist... Ich will mal... ich will warten, bis der weg ist. Äh, wobei... Wie können wir ja jetzt... wieder... hab noch ein... Alles goten... Warte, wo ist der? Keine Ahnung... Da ist einer... Da ist einer! Huiui! Da ist einer! Ja... Da ist der... Da unten ist einer... Äh... Da sind ganz viele... Da ist der da oben jetzt! die da oben die sind echt knifflig die sind richtig richtig knifflig da ist einer mit maschinenpistolen jetzt nicht mehr hey kartellschütze drüben bei der kippe bei welcher kippe alles gut alles gut ich weiß bei dir ja hier ist ein schwarzer balken gut dann noch mal drohne schauen wir mal wo ich hier der letzte noch ist da ist er ja der kleine ich raste aus naja viel zu erziehe ich so weit hoch sind bei 200 Meter da kann ich doch gezielt das machen wie habe ich den eigentlich auf 400 meter erschossen das war dann offensichtlich ein lachschuss und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft der schoss ist immer noch am geilsten es tut es tut mir echt leid wenn ich sie jetzt nochmal nicht schaffe dann spiele ich so weit bis um bis ich wieder kurz vor der Kirche bin so ist er jetzt da so ist er jetzt da ich mach gleich selbst mal gut dann bedanke ich mich für das zuschauen es tut mir leid dass ich so oft gefehlt habe war es nervt weil naja gut aber wäre ja langweilig eher wenn es so einfach wäre also wäre geil aber ja gut ne also macht's gut hoffentlich bis zum nächsten mal mach's gut bye bye bei 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 Bis zum nächsten Mal.